assalamu alaikum ich zeige euch kurz wie ihr zu euren unterrichten gelangt also der erste unterricht den wir inshallah demnächst beginnen werden und zwar ihr müsst euch erstmal einloggen ganz normal das sieht bei euch vielleicht ein bisschen anders aus als bei mir da ich eben hier der admin bin auf der seite ja auf jeden fall zu den live unterrichten kommt ihr immer hier über diesen bereich wie man hier sehen kann live unterrichte und auch die aufnahmen findet ihr hier jeder unterricht wird aufgenommen nach dem live unterricht habt ihr circa 10 15 minuten später zugriff auf die aufnahmen hier jedenfalls sie geht dann hier auf go dann wählt ihr euren unterricht aus das ist der gk september 2022 wie gesagt das alles seht ihr nicht bei euch sieht es ein bisschen anders aus dann werdet ihr ein bereich finden oder ein button da steht dann sowie hier enter drauf wenn ihr darauf klickt kommt ihr in den live unterrichten falls einer bevorsteht ansonsten kommt ihr ein wartebereich und ihr kommt auch in den wartebereich wenn ich noch nicht da bin das heißt sollte ich mich mal verspäten dann gelangt ihr in den wartebereich und bleibt einfach trainer und wenn ich sobald eintreten und browser sich aktualisiert hat solltet ihr dann auch reinkommen ebenfalls seht ihr hier diesen seht ihr eine stelle da steht dann recordings glaube ich bei euch auch so und wenn ihr darauf klickt seht ihr dann eben die ganzen vergangenen unterrichte die könnt ihr dann als videos abrufen wie gesagt noch mal das sieht hier bei euch ein bisschen anders aus aber im grunde genommen ist das so ungefähr ja nie das heißt ungefähr es ist es ist ebenso wie ich erläutert habe ihr habt einmal den button entern einmal den button recordings ansonsten gibt es halt noch diesen bereich hier ich habe gesehen einige von euch waren da schon drin unter meine kurse da findet ihr dann auch euren kurs das ist ja hier dieser grundkurs arabisch 2022 und da findet ihr hier unten jetzt schon mal ein paar lektionen beziehungsweise ein paar unterrichtsmaterialien ist aber noch nicht fertig da kommen noch ein paar sachen hinzu genau die könnt ihr dann eben auch von ihr abrufen und euch anschauen ja auf jeden fall wenn jemand von euch noch fragen hat kann er sich in charmer melden und bis zum unterricht in charmer salam aleikum